Wie geht's? Wie geht's? Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus! Oh mein Gott, okay! Hey! Waaah! Waaaaah! Waaaaaaah! Nicht klar! Scheiße hier! Mediamoch Leipzig, guten Tag! Ja, ich wär noch mal blöde mit dem Scheißding! Na ja, so. Wo mach hier mit die Kassetten? Ja, ich seh aber nicht. In den kleinen Videorekorder. Na klar, Scheiße hier. Ich, ich bin... Dann kommst du doch mal hier ab und fahren uns doch mal her. Ich komm mir wo noch einmal dorthin oder was? Mit der Scheiße hier. Wie geht denn das? Was haben sie denn für einen Videorekorder? Sö, nie. So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Puls hab ich. Bald. Dö. Scheiße. Mit der Scheiße hier. Wie geht denn das? Also am besten, Sie kommen noch mal her. Ich komme nicht her. Ich komme nicht her. Dann zeigen wir Ihnen das mal in einem anderen Gerät. Und dann kriegen wir das doch auf jeden Fall hin. Ich seh nicht. Einen schwarzen Bildschirm hab ich. Einen schwarzen Bildschirm. Einen ganzes Wochenende. Scheiße. Ja, am besten mal herkommen. Ja, wie habt ihr denn noch? Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das mal an. Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus. Wie gesagt, schauen wir mal rein. Da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen. Ich hau ihn weg. Naja, das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Da hat er sich auch Geld gekostet. Ja, 699 Mark. Scheiße. Hier, hier steht on, off. Soll ich da drauf trinken oder was? Na trinken Sie doch mal drauf. Na doch mal drauf. Wenn Sie auch nicht angekostet sind, trinken Sie doch mal das Netzschrauben. Jetzt geht er. Na, seh, seh. Ich geb's doch gar nicht. Na, aber wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht derechtkommen, können wir Ihnen das Nein, da geht's. Da geht's. Da geht's. Ich geb's doch gar nicht. Da geht's. Ich hab mir auch genug gedreht und da geht's. Ja. Ich habe nicht damit gelungen. Ich habe nicht damit gelungen. Nein, da geht's. Ich habe nicht damit gelungen.